Wir haben ein stattliches Haus geerbt, ein großes Welthaus, sagte Martin Luther King. Wir alle bewohnen dieses Welthaus, unsere Erde. Wir erfahren, dass die Welt zusammenwächst und dass wir zu lernen haben, miteinander zu leben. Mehr und mehr stoßen auch die Religionen aufeinander, als Fremde, als Freunde, oft auch als Konkurrenten oder Feinde. In Berlin haben sich deshalb Juden, Christen und Muslime zusammengetan und wagen etwas Neues. Wir wollen ein völlig neuartiges Sakralgebäude bauen, unter einem Dach, eine Synagoge, eine Kirche und eine Moschee und in ihrer Mitte ein zentraler Raum der Begegnung, das House of One. Seinen Platz soll es im Herzen Berlins finden, dort wo die Stadt vor 800 Jahren gegründet wurde. Es wird ein ganz eigener, friedvoller Ort werden, für Begegnungsversuche, für ein Kennenlernen und den Austausch von Menschen unterschiedlicher Religionen und von denen, die den Religionen fernstehen. Jeder ist eingeladen, dazuzukommen. Jedes Interesse, jede Frage, jede Unterstützung sind willkommen. Es kann aber nur gebaut werden, wenn Sie uns helfen. Bauen Sie mit am House of One, machen Sie es zu Ihrem Welthaus. Spenden Sie 10 Euro für einen Ziegelstein und Stein für Stein wird das House of One wachsen. Zugleich sind Sie eingeladen zu Gespräch und Gebet. Mit jeder Spende und jedem Gebet, mit jedem friedliebenden Dialog und jedem guten Wunsch wird die Segenswolke größer werden. One Earth, One Mankind, One Hope. A House of One. 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 A House of One.